Hallo ihr Chaoten da draußen und willkommen zu einem neuen Projekt Wo kann ich schon mal zurücksagen, mit dem Curse, sieht man da oben auch schon Wir sind hier beide sexy Schlampen da, wir spielen hier Dead Island Und ja, aber ich denke mal das wird ganz klasse hier, was wir hier noch vorhaben Ich hoffe, ich hoffe, weil es war ein langer steiniger Weg bis zu dem Let's Play Leute Das muss ich euch so mal sagen Aber wir haben es dann doch geschafft, letztendlich haben wir es geschafft Es kann losgehen, let's play together F2 etwas Komm du Biatch Geiles Stück, lass mal loslegen hier Vielleicht habe ich eine Quest angenommen Und zwar müssen wir in Bungalow 2 eine Schlüsselkarte holen Muss aber erstmal hier... da Nein, F Muss man mal gucken, dass ich vielleicht die nächste Folge noch mal ein bisschen was einstelle Weil es ab und zu noch irgendwie so ein bisschen... Na ja, so lecken tut es eigentlich nicht, aber irgendwie... Es sieht komisch aus, wenn ich eine Treppe hochgehe oder es ist bei dir auch ab und zu so Treppe hochgehe, sieht richtig eklig aus Ähm, manchmal ja Ja, so lecker Hier alles Energy Drink Können wir wollen immer noch aufmachen Aber wo bist du denn jetzt? Neben dir, hier Achta So ist es oder nein? Das ist mir egal Wir können flühen, warum wollen wir nicht... Ich wusste nicht, wo ich ihn muss Mit davon gelaufen Geht da viel nicht aus, ne? Irgendwie nicht Aber er, ne? Ja Lass liegen bleiben, Kollege Hau ihn einfach um Hau ihn einfach um Habe ich Ha Äh Kick in your face Komm her, du Ach ehrlich, Zombie-Mützel Zombie Zombie Ich tritt einfach auf dieses auf dem Kopf draus Und dann kommt Du dauerhaft Blut raus geschwitzt Das ging logisch Ja, natürlich Was dazu sagen, der eine ist in gewissen Ländern eigentlich nicht wirklich legal erhältlich Ja, obwohl es nur Zombies sind Ja Kann ich dich eigentlich aufhauen, oder? Ähm, ich glaube schon Dann sollte ich da aufpassen Aber was willst du nicht? Äh Na toll Jetzt siehst du, ich brauche ich eine neue Waffe Ja, ich kenne das Ging bei mir auch recht schnell So, müssen wir hier lang? Ich will doch hier in der Falle sagen Das wird ein richtig klasse Oh, da ist ein Gegner Hilfe Wo bist du? Ich hab, ich auch ja Ich hab ein Fäuste, aber trotzdem Habe ich dich alleine lassen? Oh mein Gott Hm Oh mein Gott Tad B Ach so ging das ja stimmen Ich muss in diese Kacktür einbrechen Äh Nein Da Komm schon Ja, ich hab einen neuen Paddel Erstmal alles einsammeln Energydrinks und alles, was hier geht Bruder brichst gerade eine höchsten mitreißende Zwischensequenz Wie ist es bei den Zwischenseckern So bist du denn hingelaufen? Ja, da hoch, wo wir müssen Dachte ich Ja, ich denke Ich denke, wir gucken hier mal ein bisschen was Was man hier so macht und so Ja, muss ich euch doch vorwarn Ja, natürlich Laufen, laufen Ich lerne 15 Minuten Wie weht meine Waffe aus? Äh, mit ihrer Maustaste halten Diese Maustrad Ja, genau Jetzt hab ich mal ein Paddel rausgeholt Na Weil hier sind auch überall Energydrinks Die würde ich dir raten aber zu sich zu nehmen Habe ich Habe ich Egal, wir gehen einfach mal weiter Zack, meins Wo müssen wir hin? Da hoch Treppen hochgehen sind eklig Sieh richtig eklig aus Ja, ich seh mich dabei irgendwie nicht Das passt schon Wie gesagt, er hat mich vorher gequatscht Weil er hier sein Vater und gerne Ahnung Alle Zombies geht's weisse Oh, ich glaube, ich erinnere mich Die, was hier hinter dieser Tür steckt Oh ja Meinst du? Da ist ja, kann nichts Schlimmes sein Nein Oh, Mann, oh Na, na, na Achso Halt der Raum Das war ja nicht die Pornokammer, oder? Wow Okay Das war noch nicht dieser Raum, schade Und was soll ich meinen, ne? Aha Wo ist es da? Da ist was, ja, aber guck mal da Wo ist was? Hier rein? Hier rein? Hier Ein Gürtel Okay Hä? Was kann ich denn nicht nehmen? Nö, ich konnte auch nichts nehmen Hä? Wieso ist die Tür zu? Wer hat die Tür zugemacht? Na, ich raus So, jetzt wieder zurück So heftig, Alter Hier alles voller Blut Ja Die Fresse halten Ja, Barthor Naja, was'n? Ich bin so faszinierend Du bist faszinierend und faszinierend, sagst du Ja, ich bin faszinierend Na, ich bin faszinierend von diesem Spiel Was machst du denn, weil so Leute soll dich schon wieder hier sein Oh, die zogisch sind Oh, die zogisch sind Einfach nur zu töten Hätt noch gelebt Hier ist das Guck mal Was ist die Musik? Oh ja Je Oh, was ist denn Ich, ich möchte ein Spiel mit dir spielen Haaa Uh Ähm Voll geil, wenn es ab und zu Also, Messer ist geil Ist einfach wirklich nur geil Huh, mit Handschellen sogar Otto, ist das etwa dein erster Porno? Da kann ich ja direkt mitmachen, da Ja, was? Ach, herrlich Ich hab die Musik ausgemacht, das wollte ich nicht So, die ist auch noch im Schrank Also, ich feiere das Naja, wir gehen ja mal weiter Ja, ja Da ist auch noch was gewesen, ja Oh, ich seh's schon, das wird so ein lustiges Setzplay Ja, lustig nicht unbedingt Ich find's lustig Wenn man das hier mal so anguckt Das sind verbrauchte Kombis und ein Spiel und so, weißt du? Generell so diese Zensur So albern eigentlich Aber das ist nur meine Meinung Äh, jetzt hab ich nen Endspiel Das Schlimme ist Äh, Rippen Ganz ehrlich, ne? Hm? In dem Spiel hier Find ich das ja fast noch witzig Ganz ehrlich Mich hat GTA 5 Zum Teil, ne? Die Darstellung Mit der Story dabei und so weiter, ne? Zigmal mehr mitgenommen Das fand ich so viel brutaler Als hier irgendwelche Hirnlosen Zombies abzuschlachten Das war's von 18 Aber es war in Deutschland erlaubt Das hier ist verboten Es darf nicht verkauft werden Also ich mein, das ist albern Na Aber da darf, ne? Da darf dieses was Wo Black Ops da, wo diese Ähm Wo diese, ähm Narzisst Narzisstischen Dinger da waren Oder diese komischen, äh Flaggen Von den, von den Nazi-Dingern Ja genau Wo man die halt überall sehen konnte Ja, es wurde auch Nachhinein alles umgeändert Die, deutsch Also die geschnittene Version davon Aber, ja Trotzdem, es ist Schwachsinn Es ist Es sind Spiele, ja Kann sein, dass vielleicht Die Entwickler da irgendwelche Irgendwelche Adern haben, so, ne? Na, aber Ja Ich finde das muss nicht sein Zensur finde ich allgemein Eigentlich Ja Wenn man in einem Altershumor-Spiel Theoretisch sich kaufen sollte In dem Fall ab 18 Weiß man doch bestimmt Worauf man sich einlässt Und, ja Richtig Man, kann auch selber entscheiden Ist das jetzt Was für mich oder nicht Und dann das direkt Gleich schneiden Also, nö Das darf man hier nicht verkaufen Und so Ist meiner Meinung nach Schwachsinn Richtig Hast du dir recht So Du bist da Du würdest es abgeben Lass mal, ach ja Nun werden wir hier Bei meinen Zuschauern entschuldigen Weil wir so ein bisschen Jetzt labern die mir so viel Ich gehe da wieder raus Weil man dich kaum Wahrscheinlich nicht mehr so Gut hört In der nächsten Folge wird uns Auf jeden Fall besser werden Weil mir gerade auffällt Dass du schon wieder ein bisschen leise Bei mir bist Das liegt aber daran Dass ich Das bei mir selber noch nicht Wieder zurückgestellt habe Weil ich ja eben gerade noch Was anderes aufgenommen hatte Und dann War es ein bisschen komisch Oh Aber in der nächsten Folge Wird man dich auf jeden Fall mehr sehen Äh mehr hören Besser hören Hm Okay Okay So Bauplan Genagelt Ein paar Minuten haben wir noch Na Ähm Wir gehen zum Rettungsschirmaturm Äh alle Untoten Schwierigkeitsgrad schwierig Okay Belohnung 600 EP Und nein Wohin, ne? Okay Alles klar Los geht's Ein bisschen Zeit haben wir noch für die Folge Exodus So muss man lang So heißt also die Quest Was läufst du denn so Ich will nicht mehr sprinten Das sieht dann immer so scheiße aus Ich muss noch mal gucken Ich habe auch mal so eine Grafik rumschraube Weil es sieht richtig Guck mal aus Wir laufen Verdammt Achso ich habe keine Aussagen mehr Das ist der Nachteil dabei Alle Türen einfach aufmachen Oh, Geldbeutel Sollte die Tür schon eintreten Da einfach alles Einfach alles zu sich nehmen Einfach alle Türen öffnen Richtig Vor allem, man nimmt doch einfach mal eben Energydrinks die einfach irgendwo rumliegen Nimm mal einfach und trink einfach, ne? Richtig Könnt ja auch nichts dabei sein oder so Nö, juck keinem Was soll denn nun sein, Zombieblut? Weiß nicht, kann ja auch sein, dass da irgendjemand irgendwas gemacht hat, da Auf jeden Fall muss ich nichts Der Kollege ist das hier, ne? Mit seinem Auto Soweit sind wir schon Ja Ich laufe Achja Uh Hm Ich hab das Maul gekriegt Verdammte Axt Nein Wow Hast du? Ich find das mal geil, wenn da so Zeitlubo kommt, ey Ja, richtig Das sieht cool aus Er hat ihn gerettet, glaub ich Hm What the fuck, Alter, wie das aussieht Wo ist denn dein Ding gefangen? Aber Ist bei dir die Video auch noch offen? Die Tür? Ja Das sieht richtig eklig aus, weil da Blut einfach mal in der Luft hängt Like a bug Let's take a look So Wasser Und Nägel Nice Müssen wir gar nicht hin Ich wollte euch das gerade leeren Oh ja, Geld Ja, hab ich Ich hab grad ein Sammelstück gefunden Als ob ich ihm eine Wahl gelassen hätte, mir alles zu geben, was hier umnügt, weißt du? Ich dachte mir noch, take whatever you want Hat da schon n'Dings Warte mal jetzt muss ich mal gucken, wie kann man das durchlesen, kann man irgendwie die Sammlerstücke durchlesen hier? Bestimmt Ich hab grad Sammel, ich hab damit was zusammengelegt, das ist in die Folge zu lange, in zwei würde ich nicht sagen Oh mein Gott Ist das schon wieder kaputt, du brauchst schon wieder ein neues Paddel Muss ja irgendwo noch ein Paddel liegen, oder? Ja, aber ich merk grade, ich schlach gar nicht mit nem Schlagring auf den einen, sondern mit den Fäusten Ich soll's nur wieder Waffe nehmen, ey Oh Waffe Komm wir spielen mit, äh wir spielen hier mit dem Ball Auch interessant Naja Also wir neigen uns auf jeden Fall von der Zeit her schon wieder langsam dem Ende Deswegen Ähm, du musst doch hin da, ne? Da hätt ich jetzt nicht hingehen sollen Vier Fünf für mich Ist aber wichtig, wir müssen hier hin Die müssen wir jetzt noch mal abschlachten, bevor wir hier Ich schlag einfach nur die ganze Zeit, vermutlich ist man Äh Na komm, ah ok Alter, es muss doch ein Oh lol, hier ist noch einer So Ja geil, jetzt hab ich nen Beil Hab ich gesehen Hakebeil Mein Messer ist auch gleich down, das hilft mir auch nicht mehr weiter Ist ja nicht schlimm Können wir noch irgendwas nehmen? Ne Ich will einfach mal sagen, bevor wir jetzt weiter gehen und noch mehr Zombies in den Arme laufen Muss ich das Messer noch verweichmaßen? Klasse Mitten drin jetzt? Na, will ich auch nicht Ich wollt eigentlich die Fäste jetzt fertig machen, deswegen Na, müssen wir bestimmt aber wieder zurücklaufen Oh Ohohoho, ich hab den Kopf abgehauen Schwierig und Oter Oh, ich hab noch nen Kopf abgehauen Eine Herrlichkeit Kann man den eigentlich noch auseinander nehmen? Bestimmt Oh ii, ich spritze auch nen dauerhafen Loot Wir rollen einfach nur die Köpfe Aha, wir müssen da rein Vermees Ist ne Energy Drink Hier liegt doch ein Messer oder nicht? Doch, hier liegt ein Messer Okay Was ist das? Ja Los geht's Die, das Messer ist einfach verbiegt, alter Es ist, ist ein Hackeball, das verbiegt einfach mal Guck mal, man kann die auseinander nehmen Dachst du so einfach Auseinander nehmen Hehehe Warte, hier Aktualisiert Müssen wir hier nicht, hier rein oder so? Ja Ne, wie ging denn das? Hier war der Eingang, oder? Hä? Hier ist Schlüsselkarte Oh Achso, ein Boss Stimmt Das will ich jetzt aber angucken, das überspringe ich jetzt nicht Okay Alter, der ist ja richtig Rage Du hast es direkt übersprungen, oder? Nein Oh ii Bin mir sicher, dass ich hier am Anfang noch nicht gestanden habe Ja, aber wie sollen wir den erledigen, ey? Jo Aua Eine Fresse gekriegt habe ich Die Folge ist eigentlich übrigens rum, also wenn wir den Down haben müssen wir den Ende haben Jo Ich bin fast tot Uuu Alter Oh Oh Alter, ich habe fast kein Leben mehr Ja Kindert Achso, hier kann ich verbessern Ach, ich kann hier meinen Scheiß Danke Ich habe das Piepsen gar nicht gehört Oh Leute, jetzt nehme ich wieder Äh, reparieren Ja Ja, Alter Alter Das habe ich aber ganz schön hier Warum habe ich diese Waffen vorher nicht gesehen? Ich kann nur dieses Scheiß-Gammerge-Messer hier wählen Kannst du hier irgendwie mal drauf gehen? Ich greif den die ganze Zeit an Ja, aber ich such ja eigentlich Jetzt geh doch einfach mit drauf, Alter Jetzt hoff hier so durch die Gegend zu laufen, ich habe hier noch jemand mehr Geh jetzt auch drauf, das ist das Problem Äh Ich habe nur noch Fäuste, Alter, scheiße Äh Ja Du musst übrigens ins Menü Woah Alter Du kannst im Menü, kannst du dir für die, äh, Slots Für dieses Schnellmenü Kannst du dir verschiedene Waffen aussuchen, weißt du? Flickst du durch? Ich hoffe Oh, zum Glück ich den Energydrink hier Erstmal Energydrinks nehmen Boah, ja Hier, damit du dir nochmal Leben holen kannst Hier, nimm, da ist ein Energydrink Okay, danke Okay Okay Ja, im Grunde, haben wir jetzt Unsere Aufgabe gelöst, hier, oder nicht? Ja Wir können ja einfach hier Aber man kann ja immer, weil Oh, hier ist noch ein Zombie Ich weiß nicht Bevor wir jetzt weiter gehen und noch mehr zu mir sehen Aber, das würde ich auch sagen Reiße Ja, dann Kack auf den Rückweg Ähm Ich würde sagen, die Folge machen wir trotzdem jetzt Äh, der Erfolge machen wir ein Ende Ähm, dann danken wir euch fürs Zuschauen Hoffen, dass es das Spaß gemacht Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei Denkt dran Je nachdem, wo ihr jetzt gerade schaut, ne Curse & Surrentine Butter plays Ihr Links Je nachdem, auf welchen Kanal ihr seid Findet ihr jeweils in der Description Zu dem jeweils anderen Ja Hoffe ich doch So verlinkst du uns auch Ja, natürlich Ich wäre das hat aber bei meinem Netzplay locker Das glaube ich niemand gehört Weil das doch immer so leise ist Nochmal hier so Ja, super Schaut auch immer bei dem anderen hier vorbei Curse & Surrentine Link in der Beschreibung Und der Curse ist der Mit dem wir hier das ganze Netzplay nur Mit dich Ja Alles klar Da ist noch ein Gegner Warte mal Ja, trotzdem, Folge Ende Sonst kommen wir auch nie aus der Nummer raus hier Aber warte mal Hier war doch noch einer Ja Okay, ich warte Da ist so ein Schädel Aber egal Zugabe Ja Egal Wie bitte ist es zu faul da hochzulaufen Ja, da würde ich sagen Vielen Dank für das Zuschauen Hör euch das gefallen Schaut bei Curse vorbei Gibt eine Werbung bei uns ab Und schreibt mal ein paar Kontrollen und sowas Geist an alle so Ganze Standardzeug, was dazugehört und so Und da würde ich sagen Ja, wir machen jetzt mal wieder Tschüss Tschüss